Moin Pyros, ich grüße euch. Endlich mal wieder zum freshen neuen Video. Die Sommerpause war lang genug. Ich habe jetzt echt mal wieder Bock was zu zünden. Dann fangen wir mal mit den Funke Superbillern hier an. Die sechs Stück die ich noch habe. Dann versuche ich euch mal hier öfter mal neue Videos rauszubringen. Schöne Schnipsel-Party. Das riecht gut. Stück 8 Gramm. Funke Store, eine Packung. Ich glaube es waren 4 Euro. Ach, ist teuer, aber naja. Ich wollte es auch mal haben. Blup, der war gut. Eigentlich sollte der in der Luft aber... Die letzten zwei Mal zusammen. Das riecht gut. Das riecht gut. Das riecht gut. rein in den duft geil so dann hänge ich euch noch mal ein video dran hier für schwarzpulver die dinge haben wumms und dann sehen wir uns auf jeden fall schnellstmöglich wieder bis zum nächsten mal büros heute rein tschüss und die attack von ist gerade ein feuer frei oder mit der feuer da Feuer Feuer! 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 So, mal die Beste einläuten. Funke Scream. Achtfach geschossen. Geht nur mit zwei Plämpen. Komm mal los, Kamerafrau! Schöne Telly, ja. Wenn ihr mir mit dem Kanal ein bisschen helfen wollt, lasst mir gerne mal ein Like da. Und abonnieren nicht vergessen, was ich das noch nicht getan habe. So, jetzt aber bis zum nächsten Mal. Tschüss, hau da rein. Nice. Und ich bin der Uwe gehofter, Mann. So ein großer Feuerball, Junge! Bam!